Wir treffen Ramon Zenhäuser. Er kommt jetzt hier. Du kannst mit ihm ein Slalom-Training machen. Nein! Mega cool. Ganz nervös, glaube ich. Also kommen wir schnell oben runter. Und nachher geht's ab auf die Piste! Wie war's? Nein, er hat das super gemacht. Ich kann mir richtig merken, wie ich schreife. Laurin hat mich in den Schnee verbrungen.